einen wunderschönen guten abend wünsche ich hallo und herzlich willkommen zum nächsten gta rp stream und hallchen logan na ich muss gleich vorweg sagen ich habe ein neues headset und ich hatte in dem moment wo ich es eingestöpselt hatte das problem dass es mir das die kompletten soundeinstellungen zerschossen hat von daher wenn irgendwas soundtechnisch nicht funktioniert ob ich jetzt vom mikrofon zu laut bin ich weiß es nämlich nicht weil irgendwie ist er bei mir die ganze zeit im roten bereich ich hoffe ich bin nicht zu laut ich habe aber das gefühl ich bin zu laut wenn das die ganze zeit der rotes mal ein bisschen leiser so meldest dich zum dienst ja bis jetzt alles gut okay weil ich weiß auch nicht ob das mit der musik eventuell zu laut oder zu leise ist wenn ich sie jetzt runter drehe jetzt bei mir ist sie beispielsweise leise ziemlich leise und ich weiß nicht wie das jetzt im vergleich zum stream ist deswegen muss ich da mal ein bisschen da drachten so aber wie man jetzt unschwer dem titel entnehmen kann heute haben also jenny hat ja für tony und sich ein lamontisches spa wochenende bei der bayview lodge gebucht also von heute bis sonntag und schnitzeljagd ist glaube ich entweder morgen oder übermorgen ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau ja und eigentlich wollten wir auch heute ein bisschen früher da sein aber es kam ein bisschen was dazwischen weil ich musste mir ein neues headset kaufen meins war dann plötzlich komplett im arsch ich habe nichts mehr gehört außer knistern und knacken und wenn es dann mal doch funktioniert hatte dann kam ganz plötzlich wieder so ein knistern und das war sehr laut und ja ja da montisch nicht romantisch sondern da montisch meine finden ist jetzt alles wie immer okay cool dann vertraue ich mal darauf dass das auch so ist und bleibt ja dann würde ich aber sagen wir gehen einmal rein was hat Ramon damit zu tun? Lass den Ramon in Ruhe das ist immer so meine Art das nicht ganz so knuffig sein zu lassen wieso warum bin ich jetzt im teamspeak? ja bin ich okay gut wenn es zu romantisch wird und zu kitschig dann mache ich das immer so dass ich dann sage bah wie Ramon so aber einmal ich weiß nicht irgendwie möchte ich das mit ihr anlassen ja und zwar äh wollte ich einmal so sagen äh hier dingens ich war gestern mit ihr offstream unterwegs und heute auch ganz kurz du bist heute gut komisch drauf ja das ist doch schön dass du schöne laune heißt so soll das auch sein wir haben jetzt alle gute laune ähm ja ne äh und zwar war ich mit jenny äh offstream einmal kurz äh weil mensch weil wir ja die äh flyer für quickies äh fertig machen sollten wollten und da habe ich jetzt was fertig gemacht und das habe ich auch schon rüber geschickt das kann ich einmal zeigen hab das bewusst noch nicht im discord gepostet äh damit man das nämlich hier erstmal sieht und dann kommt das im discord so okay wir haben aber noch keine antwort darauf erhalten das ist aber nicht schlimm und zwar postausgang und zwar habe ich geschrieben hey max als erstes habe ich vergessen die ag die die agb zu senden bürokratie halt magst du mir die unterschrieben zurücksenden ähm aber jetzt zum eigentlichen thema auch lucy warum kreizt du dich eigentlich in letzter zeit immer in meine beine rein kannst du dich nicht wie jede normale katze einfach hinlegen es tut weh leg dich hin mann sonst muss ich dich runter schubsen ähm genau aber jetzt zum eigentlichen thema ich habe zwei flyer version fertiggestellt passt das so mit dem goldton wollte ich etwas kontrast reinbringen jeder link zum ordner aber ich habe das hier nämlich auch einmal eingefügt äh ja genau wenn du noch etwas anderes dabei haben willst oder etwas raus oder geändert werden soll sag mir gerne bescheid so das ist einmal die erste version die ich fertig gemacht habe ähm wir hatten ja eine vorlage die kann ich ja einmal kurz versuchen einzublenden äh moment also wir hatten eine vorlage bekommen äh die wir so ein bisschen nachbauen sollten äh da so das war die vorlage das hatten die vorher benutzt also grundsätzlich äh der stil den sollte ich übernehmen und ich denke das ist mir damit ganz gut gelungen oder ne und äh die zweite version da habe ich nämlich dann die maskottchen mit reingenommen ist das hier mit äh Kevin und Kimberly ja ja das hatte ich gesehen da wollte ich jetzt am wochenende mal schauen also am wochenende wollte ich sowieso ein bisschen grafik quatsch wieder machen und äh dann kann ich das gut mit reinnehmen du wirst dann vielleicht zwischendurch fragen bekommen von mir wenn ich dran sitze ähm genau also ich mir selber gefällt das tatsächlich sehr gut ich fand nur nur schwarz und grün irgendwie hm mir hat da noch ein farbtouch gefehlt und dann habe ich das mit äh gold hier so ein bisschen im farbverlauf versucht zu kombinieren hier als äh linie dass es so ein bisschen abgegrenzter wird und die karte habe ich halt mit reingenommen so ja da bin ich jetzt natürlich gespannt achso und die geschäftsbedingungen die soll er natürlich äh unterschreiben ähm ja und da bin ich jetzt gespannt was da für eine rückmeldung kommt so mhm gucken wir jetzt erstmal wer angerufen hat oh emre oh auch gar nicht so lange her okay oder naja jetzt heute abend äh sieht das wahrscheinlich etwas schwierig aus äh wie es am wochenende aussieht weiß ich nicht aber montag ging äh denke ich klar gegen abend aber ich hätte tatsächlich vielleicht auch noch einen auftrag an dich das können wir dann auch besprechen ach du scheiße jetzt wird sie zugeknallt mit aufträgen ahhh riecht gut riecht richtig gut klar macht er da keinen stress klar macht er da keinen stress klar macht er da keinen stress melde dich einfach wenn du kannst am wochenende bin ich vermutlich auch eher weniger zu erreichen, aber wenn, versuch es gerne einfach. Klar, mach dir da keinen Stress, melde dich einfach, wenn du kannst. Am Wochenende bin ich vermutlich auch eher weniger zu erreichen, aber wenn, versuch es gerne einfach. Ich finde tatsächlich, ich mag das Outfit, vor allem jetzt auch mit der Frisur und mit dem geflochtenen Zopf da vorne, das gefällt mir. Nur ich bin, was Ginny's Augenbrauen angeht, ich glaube, die müssen noch tatsächlich ein bisschen breiter bei ihr, also zu den... Warte mal, wir müssen mal einmal so... zu den Seiten hin. Jetzt sieht sie so hoch überrascht aus und sie hat ja eigentlich so tiefgezogene Augenbrauen und immer so angespannt ein bisschen. Also sie guckt ja teilweise eigentlich immer so ein bisschen böse. Das Oberteil passt zur Hose, ne? Ja, gefällt mir auch sehr. Tihi. Nur die Haare müssen wir anders machen, weil... Ich habe mit Ginny leider innerhalb von 10 Minuten vier Frauen gesehen, die diese Frisur hatten. Und das finde ich doof, deswegen. Auch wenn ich sie jetzt eigentlich gar nicht so kacke finde, die Frisur, aber... Ja. Dago, Hallöchen! Na, wie geht's dir? In deiner, deiner, deiner GTA-Abstinenz. Ach ja, stimmt, den hatten wir auch. Wieder zurückbekommen. Da ist aber immer noch was drin, was Toni noch nicht weiß. Warte mal, ich glaube, mein Rucksack habe ich... Achso, nee, das sind die Sachen, die ich jetzt zurückgeben möchte. Umständen entsprechend. Uiuiui. Okay, ich frage da mal jetzt nicht weiter nach, okay? Ja, bei mir ist soweit alles fresh. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Nee, alles super soweit. Jetzt müssen wir uns einmal darauf vorbereiten, auf das alarmantische Wochenende. Ich mag das Wort. Statt romantisch alarmantisch. Ich kann es auch nicht anders sagen, als so lassiv, ne? Larmantisch. Ich habe heute, glaube ich, auch mit Klauen gefrühstückt, Entschuldigung. Wie geht's dem alten Mann? Weißt du, witzigerweise muss ich dir ja sagen, ne? Wenn du ihn alten Mann nennst, dann bin ich die alte Dame. Ich bin ja älter. Aber ihm geht's gut. Ihm geht's gut. Auch eben gerade noch gesehen, er war eben spontan mit mir Headset einkaufen, weil mein altes Headset leider am Arsch ist. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, dass die Rucksäcke entweder in dem, in der Kommode sind. Aber ich gucke erst mal. Das wissen wir doch immer. Danke. Danke für nichts, Tago. Kommt du bloß wieder her. Hör mal, ist die überhaupt leer? Ja, der ist leer. Jo. Wieso drehe ich mich mit ihr jetzt eigentlich um? Und zwar, was packen wir denn ein? Das müssen wir ihm noch zeigen. Ähm... Weil jetzt müssen wir ja halt wirklich überlegen, was wir mit ihr einpacken, weil das nutzt sie ja dann auch wirklich nicht so, wie wenn man sagt, okay, wir fliegen jetzt nach San Francisco und, äh, ne? Tun mal so, als ob. Und dann den Problem. Dann musst du ja überhaupt ein paar Fragen aufgeben. Und dann? 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 Dann. Boah, ich muss jetzt gerade echt überlegen, ne? Es ist gestricktes Bandu. So, und dann... Hm. Schnatze! Ich will eine Auswahl haben, wenn ich da unten bin. Äh, da oben. Okay. Ach, da ist das. Ich habe es die ganze Zeit gesucht jetzt. Äh, oh Gott. Ich kann mich teilweise nicht mehr erinnern, was was war. Oh, ich habe es vermisst. Die nehmen wir mit. Und die nehmen wir mit. Warte mal. Wobei, nee. Dann nehmen wir... Das und das. Dann nehmen wir einfach nochmal die normalen Sneaker mit. Warte mal. Warte mal. Welche waren das? Nee, die wollte ich nicht. Die will ich. Was hast du denn da jetzt geschrieben, dass er das ausge... Also hier zensiert hat. Achso. Okay. Äh, ja. Janine nimmt Dreck Koffer aber mit, ne? Das reicht aber eigentlich, würd ich sagen. Was anderes trägt sie ja grundsätzlich eigentlich sogar gar nicht. Vielleicht noch lange Hosen. Das wär so ne Idee. So ihre typische Low Waist schwarze Hose. Ah, und was doch ganz wichtig ist, ein... Rote Blumen Cutout Badeanzug. Den nehmen wir auch mit. Ist doch erst November. Ja, ähm... Inseldruck Bikini, roter Bikini. So. Wie gesagt, es ist ein romantisches Wochenende. Und dann muss sie natürlich auch... Ne, also... Ne? Ne. So halt. Das Jahr ging so schnell vorbei. Ich sag's dir. Ihr habt da auch mit Blackwing drüber gesprochen. Wie schnell das einfach ging. Also... Ja, man überlegt vor allem, was ja auch bei uns beiden dieses Jahr alles passiert ist. Ich mein, der Typ ist ja von Braunschweig hierher gezogen. Ja, es gab auch einen Zeitpunkt, da waren wir beide auch ne gute Freunde. Was, du bist echt in die Nähe gezogen? Toll. Hättest du das ein bisschen früher getan? Wärts aber wahrscheinlich noch... Schader gewesen. Ich kann heute nicht reden, wenn er weggezogen wäre. Schade. Ja. Ich... Reden wir nicht drüber. Ah, ich hab nen Krampf! Sekunde! Schmerz! Ah, schmerzt es noch. So. Geht glaub ich wieder. Äh... Ach, da war er gerade. Ja, ja, okay. Ich glaub das sollte aber eigentlich okay sein. Ja. Doch. Na? Was brauchen wir für heute? Also, fürs Wochenende. Ich würd' mal sagen, schick, bequem und Badesachen. Schick, bequem und Badesachen, okay. Die drei Kategorien hast du zur Auswahl. Bei den Badesachen musst du unten gucken, weil ich glaub das hab ich alles runter verbannt, weil sie so gut wie irgendwie anziehen. vielleicht, da wir nicht wissen, wie die Schnitzeljagd aussehen wird, vielleicht auch... Eine Auswahl, okay. Ah ja. Wie lange sind wir da oben? So, nur heute, morgen? Ähm, Toni, das ist ein Entspannungs- Awareness-Wochenende. Ja, ich nehm' mal hier so ein paar Sachen, ne? Ja, ich nehm' mal hier so ein paar Sachen, ne? Ja, guck mal. Und eventuell hab ich da ein paar Sachen, die du sicher sehen willst. Ah ja, ich verstehe. Ja, die nehmen so viel Platz weg? Also... Ja, und dann hab ich halt noch ein Kleid eingepackt und Schuhe, die dazu passen, also... Ja, okay. Und noch Wechselkleidung, also... Ja. Und Badesachen, also, ja. Ich verstehe. Ich hatte jetzt nicht vor, die ganze Zeit das Oberteil zu tragen. Könnt ihr irgendwann müffeln? Das hab ich ja auch nicht gesagt. Weil du siehst halt so aus, als ob du einfach so sechs Wochen verreisen willst. Hm. Nachher beschwerst du dich sicher nicht, was ich da raushol. Okay, das ist ganz... Ich muss ja trotzdem... Guck mal, ob ich überhaupt irgendwo eine Badehose machen will. Guck mal kurz hin. Ich komm mit. Bin fertig. Du brauchst ne halbe Stunde mit dem Wasser, bis du unten bist. Weißt du, sonst bist du das, ne? Jetzt spuckst du große Töne. Oh, scheiße. Aber die Einstellung. Ich hör ihn ganz komisch. Ich hatte kaum Zeit, mein Headset einzurichten heute. So ein Kacke. Mich hört sich das ganz komisch an. Moment, ich muss mal eben kurz was... Warte, was? Echt? Hört er... Was? Hört er sich bei euch so komisch an? Wieso hört er sich denn so komisch an? Anfänger boah. Warte. Wie krieg ich... Warte. Warte. Wie kann ich das denn ändern? Warum? Das verstehe ich nicht. Wie kann, wenn ich ein neues Headset anstöpsel, dass die TS-Einstellungen so kaputt machen? Oh, Moment. Ich, oh, Sound und ich, ne? Das ist echt Kriegsfuß. Ich kann alles einstellen, ne? Wenn ich will. Aber Sound ist echt so ein Ding. Sekunde. Ja, also Sound ist echt ganz empfindlich bei Windows, wenn du da irgendwas anders machst, ne? Moment. Oh, hat jemand Ahnung von TS-Einstellungen? Ja. Ja? Ich muss noch mal eben kurz, äh, ringt auf Toilette. Wollt ihr nur Bescheid sagen, dass du mich nicht, ja, ich wollt, nur damit du mich nicht suchst. Ich hab das Gefühl, ich muss mir mal kurz eben die Ohren ausspülen. Sind so weit, ne? Hm. So, Moment. 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 Okay, nochmal Option. Testing your playback sound. Testing your... Oh, nee, schön, dass er den Testton über meine beiden Bildschirme abspielen kann, aber... So... Testing your playback sound system. Testing your playback sound system. Ich weiß aber nicht, was das ist. Vor allem, das verstehe ich halt nicht. Wie kann... Moment, ich muss mal kurz an meine Windows-Einstellung gehen. System... Das Ding ist ja auch so... Windows hat ja drei verschiedene System-Sound-Einstellungen. Das ist auch immer so ein Ding. Okay... Ach du Scheiße... Oh Gott. Ja, mach aus. Hör auf. Hör auf! Okay. Okay. Okay, ich teste nochmal. Testing your playback sound system. Ist das jetzt ein bisschen besser? Es hört sich immer noch komisch an, aber es ist glaube ich besser. Ist aber immer noch leise, ne? Machen alle dasselbe, nur anders. Ja, das ist ganz, ganz schlimm Windows. Ich verstehe auch nicht warum und wieso. Sound... Ich ver... Klingt jetzt nur Adobe oder Mono oder so angemacht. Ja, also... Es ist auf Stereo... Also das jetzt eben... Das ist Stereo? Das ist Surround? Das ist auch kacke. Aber es liegt eigentlich nicht an... Äh... TS. Das ist in Windows. Aber ich weiß nicht wo. Oh. Oh, das ärgert mich jetzt. Äh... So, okay. Ähm... Sound-Einstellung. Gehen wir nochmal rein. Sound-Mixer. Ja, das ist, äh, ich, äh, ich, äh, ja. Schwierig ist es auf jeden Fall. Moment. Das kann ich ja nochmal... Das ist nur die allgemeine Lautstärke. Aber lauter an sich müsste es auch... Oder warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab doch auch einen richtigen Hub für mein Mikrofon. Warte, Sekunde. Ich hab's gleich. Gleich, wir kriegen's gleich noch hin. Ich muss mal eben nur kurz in die direkten Einstellungen vom Headset rein. Ich glaub, das könnte das Problem sein. Ich hoff zwar nicht, aber... Oh, ne, 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 das kann ich nicht. DTS Super Stereo Modus. Aus, vorne, weit, traditionell. Was soll ich mir denn darunter vorstellen? Oh, Moment. Das ist, glaub ich, ein bisschen besser. Warte, 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 warte. Wir gehen nochmal in den Test eben. Das ist jetzt... Glaub ich, das hat sich besser angehört, oder? Ich mach nochmal. Traditionell so höhenmäßig. Ey, Moment. Äh... Warte. Weniger dumpf. Ja, okay, das hilft ja schon mal. Oh, hilf mir mal. Tiefen und Höhen. Was muss ich da einstellen, wenn ich das jetzt ändern möchte? Was... Wofür waren die Tiefen nochmal? Wahrscheinlich das Bassige, oder? Oh, ich... Sound ist echt so ein Krebs für mich. Wie so ein Krebsgeschwür. Ganz schlimm. Äh, okay. Okay, weiß ich schon mal, wofür das ist. Geräteeinstellung. Firmware aktuell neust... äh, neust... Äh, neust... Ich meine wieder auf dem aktuellsten Stand, aber es würde mich auch wundern, wenn nicht. Was ist das? Was? Ja, je tiefer, desto... Oberschlastiger sollte es werden. Muss man die Musik eben ein bisschen lauter machen, sonst kann ich das nicht... 08. Ich brauche mir auch mal eben kurz ein Lied, wo jemand singt. Dann kann ich das besser hören. Sekunde. Wo singt denn hier jemand? Äh. Da. Das hört sich jetzt besser an, oder? Okay, ich hoffe, das geht. Drückt einfach mal die Daumen, dass das jetzt geht, wenn ich mit Jimu rede. Musik hört sich gut an, okay. Dann hoffen wir mal das Beste jetzt. So, Moment, jetzt muss ich das Fenster erstmal wieder finden. Ich habe so viele Fenster hier gerade offen. Äh, da ist Lucky. Ich mache mal eben kurz Musik aus, damit wir mit ihm reden können und ich das testen kann. Mal schauen. Ich bin gerade nochmal sehr viel Geld losgeworden. Weil uns Alice Moments die Rechnung geschickt hat. Sehr viel. Wie viel? 9.993 Dollar. Bitte was? Ja. Hatten sie nicht irgendwas von 6.000, 7.000? Ja, ja, 6.000, 7.000 so Maximum, ne? Oder mal 3.000 Dollar mehr, aber naja. Äh, aber was, wofür? Ja gut, es kann natürlich sein, äh, Security, ne? Ja. So zwei Hampel da vorne stehen zu meinem Kossett auch schon Geld. Ja. Und halt, der DJ ist auch schon mit drin, also vielleicht deswegen ist es jetzt mehr geworden. Mhm. Vielleicht waren die vorher, also gehen die davon aus so 6.000, 7.000 so Standard? Ja, gut, das, äh, ja. Toll. Aber trotzdem ne Menge Geld. Ja, find ich auch. Ja, ja. Machen wir jetzt nur einmal. Das stimmt. Ja, warte, ich versuche TS, oder? Dann gehen wir los. Okay. Fast perfekt. Moment, ich geh nochmal kurz in TS selber, da kann man das ja kurzzeitig auch nochmal ein bisschen lauter an sich machen. So. Ich mach nochmal eben den Test, das könnte jetzt laut sein, nicht erschrecken. Okay, das war süß. Und immer noch. So. Von mir aus können wir. Perfekt. Ja denn, schauen wir mal. Ich weiß übrigens jetzt gar nicht, was abgeht, ne? Ja, du. Ich weiß auch nur, dass es irgendwie Wellness-Wochenende sein soll und, äh, Schnitzeljagd. War das das Ding jetzt mit diesem komischen Naturzimmer? Ja. Ah, cool. Walzer. Ich hab mich gefragt, was die mit Naturzimmer meinen. Wald. Ich bin immer gespannt. Wird ja lachen, wenn das einfach so ein 3x3-Meter-Stück abgesperrmdet, äh, Hubschwerband ist und dann einfach, äh, ja, klar, mach einfach den Kofferraum wieder zu, ist okay. Ich will nochmal den Rucksack einpacken. Es tut mir leid. Einfach so zwei Feldbetten ab in den Wald gestellt. In der Naturzimmer halt, ne? Ist das alles drin? Kannst du zumachen. Ich wollte es nicht so dazwischengreifen, ne? Ich bin nicht auf der Höhe. Ich bin abgelenkt. Bist du abgelenkt? Weiß ich nicht. Okay. Es ist zu 99% perfekt. Für mich ist es noch ein bisschen heftig, dass... Wir müssen jetzt einfach nur zur... Ich ihn wirklich nur auf dem linken... Richtig. Okay. Ich ihn nur auf den linken Ohr höre, wenn er links von ihr ist. Wie kann ich das denn ändern? Ja, also, wir können auch noch eine Rundreise vorher machen, aber wenn ich mir so die Uhr anschaue... Ich... Keine Ahnung, haben die ohne Uhrzeit gesagt? Irgendwo was? Nein. Sind die geöffnet? Nicht, dass da jetzt hinten ist keiner. Also, würde mich stark wundern. Mich nicht. Oh, Leute, alles zu. Also, sie stehen nicht auf offen, aber das kann halt auch einfach sein, weil es eine geschlossene Gesellschaft heute ist, dadurch, dass alle halt... Dann fangen wir einfach mal hin und gucken nach, ne? Ja. Ich muss mal hier eben kurz was in meinem Handy einstellen. Sekunde. Hast du Mono angemacht in Windows? Also statt Stereo... Äh, in Windows... Habe ich die Mono-Einstellung? Glaub ich gar nicht gesehen. Moment. Äh, Sound... Lautsprecher. Holla. Eine, zwei, drei. Naυτ Ktoj. Ja, okay, so findet man das dann auch raus, dass die Dinger falsch rumstehen. Warte mal, ich habe hier mal eben einen Filter, der drauf lag, rausgenommen. Hm, naja, weißt du, ich bin nicht so ganz sicher, ob morgen die Schnitzeljagd ist oder Sonntag. Habe ich jetzt TS kaputt gemacht oder was? Oh nein. Aber es zeigt mir... Moment. Hä? Ne, doch, das funktioniert. Hä? Hat er gerade ein Problem mit TS? Wäre jetzt lustig, wenn es so wäre. Oh Mann. Warum ist Sound so anstrengend? Ich kann das nicht. Ich starte eben einfach mal neu, ja. Ich meine, das Schöne ist, er weiß ja, Gott sei Dank, dass ich gerade Probleme damit habe. Er hat es da vorhin selbst mitbekommen, so wie ich gehe mal eben rein. Äh, Toni? Ja? Äh... Soll das in Ordnung? Ja. Ja? Ja. Klingt sehr überzeugt. Ich bin nur, ich weiß nicht, heute nicht so richtig auf der Höhe. Perfekt für so ein Wochenende. Perfekt für sowas, ja. Ich habe jetzt auch irgendwie mit mehr Ansturmen gerechnet, bin ich ehrlich. Geht doch morgen erst los. So, gehen wir mal fragen, ob da ist, ist auf jeden Fall jemand. Mal etwas. Was? Wo? Was? Da steht schon. Ach da. Da steht jemand. Ja. Wunderschönen guten Abend. Wie kann ich Ihnen helfen? Äh, wir hatten reserviert für das Wellness-Wochenende. Auf den Namen. Also die Schnitzeljagd, meinst du? Ja, genau, richtig. Alles klar, gut. Ansonsten hätte ich jetzt schon Angst gehabt. Du, auf welchen Namen denn? Zina, Jenny, ich gebe Ihnen gerne meinen Ausweis. Ah, Sie sind das. Ich entschuldige mich nochmal in aller Form. Ich habe Ihren Namen in der Reservierungsbestätigung nicht ganz richtig geschrieben. Ach, dasfilm.de, alles gut. Das ist nicht so, glaube ich. Nee. Ja, nee, so viel Zeit muss sein. So gut, alles klar. Ich schaue nochmal ganz kurz nach, ob da bei uns alles angekommen ist. Ich denke aber schon. Moment bitte. Ja, ja. So. Äh, Sie hatten schon eine Kaution hinterlegt oder noch nicht? Ja, alles schon überwiesen. Okay. Äh, 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 äh. Wenn Sie schauen, die... Ja, klingt alles in Ordnung. Oh, Gott sei Dank. Ah, hier. Das ist jetzt erstaunlich. Ich habe das eingeben. Warum hat es mir das nicht angezeigt? Ja, Systeme sind super, ne? Technik und so, die begeistert. Ja, nee. Wenn irgendwo ein Leerzeichen drin ist oder so und sowas. Ja, das ist auch wirklich, es ist jedes Mal aufs Neue spannend, ob das System das auswirft oder nicht. Also, es ist auch ein bisschen immer ein Pokern. Die ATP ist super, ne? Also, ich finde ihn immer noch zu sehr linkslastig. Oder rechtslastig, je nachdem, auf welcher Seite er steht. Aber wenn Sie das alles schon gemacht haben, dann soll das auch so passen. Gut. Perfekt. Dann schaue ich einmal noch mal kurz nach, in welches Zimmer Sie denn gehen. In die 105, in die Buche. Alles klar, einen Augenblick. Ich hole kurz die Schlüsselkarten. Alles klar. Ja, es stimmt. Nicht mehr ganz so penetrant. So, dann haben wir Nummero 1 und Nummero 2, bitte sehr. Dankeschön. Diese Karten ermöglichen Ihnen auch den Zutritt zu unserem Wellnessbereich, der direkt hier hinter ist. Ja. Döne ich bitte? Äh, oh, ja, äh, Moment, ich bin gleich wieder da. Alles gut. Ja, natürlich. Die Gäste chatten gerade ein. Entweder musst du rausbringen oder die Gäste dann fertig machen. Verstehe ich auch das mit dem Naturzimmer. Das Ding heißt Buche. Alles klar? Yep. Sicherheitshinweise. Ja. So, hallo. 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 Richtig. Dann bräuchte ich auch noch mal kurz eure Namen, weil ich muss von meinem Kollegen Garten übernehmen, weil der ist mitten im Service, wie ihr seht. Ja, gar kein Problem. Wir machen es einfach mal einfach. Ah, das hatte ich gelesen vorhin. Die wunderbaren Namen. Die 105 ist das, wunderbar. Dann setzt ihr euch kurz auf Innenkarten. Habt ihr schon? Ja. Kurzer Hinweis, im Schrank auf dem Zimmer ist eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob mein Kollege schon gesagt hat. Nee. Ihr habt vielleicht gesehen, bei uns in der Reservierungsbestätigung ist so eine Klausel drin, wenn man einen Gegenstand entwendet, kostet das eine Pauschalstrafe von 800 Dollar. Das ist im Prinzip gedacht, weil wir diese Überraschung nicht offiziell verkaufen dürfen, deswegen lösen wir es so. Also ihr kriegt keinen Ärger, wenn ihr die mitnehmt, aber die kosten halt 800 Dollar. Ihr werdet schon sehen, was es ist. Ich will nicht mehr verraten. Ist im Schrank. Ihr werdet es gleich wenig. Ich bringe euch kurz hin. Okay. Ja, ich muss gleich nochmal kurz eben lauter machen. Aber da springt uns gleich nichts entgegen, oder? Das ist was Exklusives. Hm. Jetzt nochmal mitzählen. Eins, zwei, drei, vier. Warte mal, was hast du da gesagt? Clown? Clown Box. Bitte kein Clown. Bitte nicht. Hier ist euer Zimmer. Wart ihr schon mal hier? Wisst ihr, wo unser Wellnessbereich ist? Der Kollege meinte da hinten. Genau. Genau hier gerade durch. Dieses Metalltörchen, was ihr da genau jetzt, wo ihr das draufkommt. Da gehen eure Schlüsselkarten auf. Da kommt ihr in den Wellnessbereich. Den könnt ihr bis Sonntag frei nutzen. Abendessen könnt ihr heute noch. Das ist auch im Preis inklusive. Nur die Getränke würden extra gehen heute. Morgen sind die auch inklusive. Könnt ihr bis 22 Uhr zu euch nehmen. Bis dahin hat die Küche geöffnet. Also spätestens um 22 Uhr müsst ihr Essen bestellen. Ja gut, das kriegen wir natürlich hin. Bei uns im Restaurant. Und ansonsten, morgen geht es so 18.30 Uhr dann mit der Schlüsseljagd los und mit dem Programm los. Ansonsten ist das jetzt heute noch ganz locker und entspannt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn es tragen ist und so. Wir sind immer bis mindestens 22.30 Uhr da. Heute und morgen wahrscheinlich sogar etwas länger. Perfekt. Dankeschön. Dankeschön. Viel Spaß. Danke. Ja Mensch, die Zimmer kommen mir bekannt vor. Ich weiß gar nicht, woher. Nee, ich auch nicht. Wollen wir erstmal unsere Sachen mit reinholen? Ja, machen wir mal. Können Sie großartig uns ausbreiten. Auch smart, ne? Einfach zu sagen, so von wegen, ey, wir dürfen euch das nicht verkaufen, aber wenn ihr es entwendet. Hallöchen. Hallo. Was? Ich glaube, wie nach Freya. Irgendwie schon, ne? Das ist nicht sogar Freya. Ich glaube, das war Freya. Ich würde mich nicht wundern, wenn die mit dir am Mann das genau dasselbe macht. Äh. So. So, dann schauen wir mal. Auch ein geiles Auto hier, oder? Also, nicht unterliegt, äh, sondern der recht große. Beide schön. Aber der große gefällt mir mehr. Was, ne? Kann man Leute schön wegkegeln. So, ich glaube, ich weiß, was er meint. Also, das gehe ich mal von raus. Ja, das ist, das ist die Bademänte. Ich glaube, davon redet er. Ja, ich räum' mal eben kurz rein. Rucksack leer. Ja, ich, warte mal, ich mach mal vor die Tür zu. Ich zieh' das plötzlich auf, wenn er hier reinkommt. Und du breitest dich schon aus, sehe ich? Ja, das ist sonst so eng mit dem Rucksack. Warte mal hier. Mach auch mal. Jetzt machst du dich aber breit, ne? Moment. Also, weißt du, so ein riesiger Kleiderschrank, ne? Sie erstmal so, alles voll. Hey! Hast du alles mit? Wir sind doch nur für Sonntag hier. Ja. Was zum? Was ist denn noch mehr? Oh, ne. Das ist wirklich wie so ein Eincheck, ey. So, ne? Ich hab mal meine Sachen da so ganz rechts an die Seite gepackt. Jetzt übertreib' meinen Nehmen. Was geht denn jetzt hier heute Abend noch gar nichts eigentlich? Ne, eigentlich nur ankommen. Cool. Wollen wir mal rüber in den Wellnessbereich gucken? Also, ich will jetzt erstmal rüber gucken, weil ich nicht weiß, dass das so gut geht. Hm. Leg mal kurz noch ein Laptop rein. Ja, wir können erstmal gucken. Wir müssen ja noch nichts mitnehmen. So. Ich hab erstmal den Schrank zugemacht. Nicht, dass da auch gerne. Hm. Hm. Ich dachte, ich hab doch die Tür zugemacht. Ja, warum wollen die wieder öffnen? Du? Ja. Okay. Danke fürs Wurde in die Nase knallen. Ey. Meine Schuld. Der Kleiderschrank, der komplette Kleiderschrank wird mitgenommen. Das Ton meint der, oder? Ja, wow. Offensichtlich, ja. Au. Au. Oh, wow, okay. Wow, das ist, ja. Verstehe. Okay. Luxus. Auf jeden Fall sehr schick. Hm. Wenn er dann, ich glaub, das ist warte mal die Zeit, ne? Oder wollen wir mal sowas essen? Ich wollte sagen, ich glaub, wenn... Geben wir sowas essen. Ja. Machst du zu? Warum hatten wir eigentlich so diesen... Wellnessbereich damals nicht bei... Als wir auch hier sind, zumalten. Das find ich schon ein bisschen unfair. Warte mal. Was denn? Äh. Wann meinst du? Waren doch schon mal hier. Zu Alamonia? Ja. Ach so, meinst du... Der wird das doch auch schon gestanden haben. Ja. Glaube ich auch. Aber ich glaub, zu Alamonia haben die das bewusst zugelassen. Gehe ich nicht. Ist voll cool gefunden. Ja, so an sich schon. Nur ich glaub, wenn da dann die Alkoholleichen drin liegen... Im wahrsten Sinne, das Wort ist Leichen dann? Vorratlich. Vergiss nicht, dieses eine Gericht da nicht zu nehmen wegen dieser Rotweinsauce, ne? Ja. Danke. Ich hätt's wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob das was hier war. Ich hätt's vergessen. Nee, muss nicht sein. Nee, das stimmt. Mäuft grad so gut. Äh. Ja. Ja. Soll ich vor uns hin, ne? Willst du durch? Ja, ich bin... Ja, du willst du mit mir rüber? Ja, ich will nicht so schreien. Wenn du mich nicht komplett gegen die Wand schriffst. Ja, das hatte ich nicht vor. Einen wunderschönen guten Abend nochmal. Hallo. So, genau. Nehmen Sie ruhig Platz. Und dann auch nochmal ganz offiziell herzlich willkommen hier in der Baby Lodge. Ich hoffe, Sie haben ein... Sie werden ein wunderschönes Wochenende haben. Ja, bestimmt. Weil unser Möglichstes tut, dass das so zustande kommt. Ich gehe richtig in der Annahme, dass Sie etwas zu Abend essen möchten. Das ist richtig. Das ist eine hervorragende Idee. Dann bräuchte ich einmal nochmal bitte die Zimmernummer. Naja. Da ist doch der Karte drauf, ne? Das ist die 105. 105 war das alles klar. So. 105. Genau. Mit Beachtung, dass die Getränke heute nicht im Preis inklusive sind. Morgen sind Sie das fürs Protokoll sozusagen. Heute noch nicht. Deswegen erfahre ich gerade die Zimmernummer, dass wir das dann nachher noch alles aufschreiben können. Ja. Gut. Na, dann wollen wir mal anfangen, ne? Oder erst mal Getränke. Was darf es denn zu trinken für Sie sein? Was? Wir haben fast alles. Äh. Huch. Huch. Ähm. Ja. Gut. Da ist der Strom weg. Dinner in the Dark, oder? Ja. Doch, heute schon Programm, oder? Ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, bitte bewahren Sie Ruhe. Es ist alles unter Kontrolle. Alles gut. Ja, ja, ja. Einen Augenblick bitte. Mhm. Jetzt sind wir, glaube ich, wirklich in mir angeäußert 38 angekommen. Ich wollte gerade sagen, das ist Teil der Begründung. Performance, wir sind jetzt im Jahr 1938. Moment bitte. Ich, ich hole gerne. Bitte bewahren Sie Ruhe. Natürlich muss das Button wieder passieren. Hat wieder der Kobold an der Sicherung gedreht. Aha. Das war der Kobold. Das war hell. So, ich hoffe, Sie können wieder sehen. Ich bin blind. Ja, wer da wohl an der Sicherung gedreht hat. Gehst du jetzt nochmal rum und sagst, jetzt sind wir wieder in der Jetzt-Zeit? Oder was ist das? Äh, nee. Ich habe gesagt, der Kobold dreht an der Sicherung. Der soll mal aufhören jetzt damit. Ja. Nun. Okay. Meine Güte. Äh, es ist irre. Gut. Ähm. Wovon wir stehen geblieben? Getränke. Genau. Das wollte ich jetzt aufnehmen. Genau. Was darf denn zu trinken sein, bitte? Ich wollte nach alkoholfreien Getränken fragen, was ihr da so habt. Äh, da ist erstmal die Frage, Heißgetränk, Kaltgetränk oder alkoholfreier Cocktail? Hm. Ich glaube, hm, Heißgetränk und, 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 und ein alkoholfreier Cocktail klingt nicht schlecht. Das sollten wir hinkriegen. Dann würde ich sagen, ich fange mal mit den Heißgetränken an. Mhm. Da haben wir nur noch für kurze Zeit La Corta Salva, einen in Kooperation mit dem Café El Salva, daher der Name. Dann haben wir einen grünen Kaffee, klingt komisch, ist allerdings eine Mischung aus normalem Kaffee und grünem Tee. Klingt, wie gesagt, irre, schmeckt aber gut. Hatten wir auf unserer Hochzeit. Ah, ja, da muss ich ja gar nichts erklären. Wunderbar. Dann hätten wir den legendären Vespuccino, dann den Karamell Cappuccino, Kaffee Italo Americano, der ganz klassische, eine Latte Macchiato, Espresso, heiße, weiße Trinkschokolade, den ganz klassischen Kakao, den können Sie auch gerne mit Marshmallows genießen und ganz klassisch Tee oder auch der Drachenfeuer Tee sowie Cutie. Ich glaube, dann nehme ich tatsächlich den ganz klassischen Kakao mit Marshmallows. Kakao mit Marshmallows, alles klar. Ja, sehr gerne. Für den Herrn auch ein heißes Getränk? Nee, erstmal noch nicht. Alles klar. Dann die Cocktails erstmal noch vorneweg. Da hätten wir unseren hauseigenen Fruity Loop, den auch wieder ganz klassisch Flamingo, dann Lemon Kiss Pure Exotic und Frozen Watermelon Margarita Virgin sowie Frozen Pineapple Margarita Watermelon Margarita Virgin. Ich glaube, ich nehme das mit dem, wie war das mit dem Kiss? Lemon Kiss? Lemon Kiss. Einmal Kiss, sehr gerne. So, für den Herrn, was darf es da sein? Für mich gerne den Pure Exotic. Den Pure Exotic. Einmal Pure Exotic. Alles klar. So. Dann direkt jetzt, jetzt aber wirklich hoffentlich ohne Stromausfall zu den Vorspeisen. Da können Sie erstmal grob wählen zwischen Suppe, Seeteufel, Carpaccio und Salat. Ist da irgendwo Alkohol mit drin verarbeitet? Äh, nicht, dass ich wüsste. Könnte ich aber gleich auch nochmal in der Küche erfragen. Ja, dann sonst würde ich das Carpaccio nehmen. Alles klar. Ja, würde ich auch nehmen. Einmal zweimal Carpaccio. Wenn da Alkohol drin ist, dann bitte nicht. Wenn ohne Wein. Alles klar. Habe ich mir notiert. Und wenn das mit Wein im Zweifel wäre, was darf es als Alternative sein? Dann nehme ich den Salat. Genau, da hätten wir einmal den Home Salat sowie einen Gurkendill-Salat. Oh, die Gurken klingen gut. Alles klar, ich notiere mal das. Gurke. Bill. Alternativ. Alles klar, wunderbar. Dann bringe ich alles in Kürze vorbei. Machen Sie sich schön. Perfekt, danke. Oh Gott, im Himmel. Hast du mich ja schreckt. Heiliger. Oh Gott, ich habe eben einen guten Abend gesagt. Ich habe dich gerade gar nicht gehört vor lauter Aufregung. Entschuldige bitte. Ich finde, du warst doch so in deinem Element, da hättest du eine Schande gefunden, dich zu unterbringen. Oh, ich bin jetzt auf jeden Fall wach. Habe ich sehr gern gemacht. Dankeschön. Gut, dann kommen wir mit. Ja. Die sind gut drauf hier, das finde ich gut. Ja, ich bin auch mal sehr gerne hier. Die sind irgendwie mal sehr entspannt. Ja. Und die nehmen das auch nicht so ernst. Das stimmt. Ja, das mit dem Strom war auch gerade gut, ne? Hat gut zur Einlage gepasst, ja. Ja. Das war vielleicht schon ein Test für morgen. Hat irgendwer was eingeschaltet? Einfach kurz in die Richtung geflogen. Hallöchen hier. Na? Wie geht's dir? Und du hast jetzt gerade noch frisch reingehört. Wie ist der Sound aktuell? Da bin ich auch gespannt. Also das Einzige, was wir als Info bekommen haben, ist Reise ins Jahr 1800 Schießmichtodt. Ja, da kenne ich mich richtig nicht aus. Naja, ähm, ne. Ne, das ist absolut nicht mehr Zeit. Ich finde die Zeit eigentlich schon interessant, nur ich weiß da nicht so viel drüber. Sound ist gut, Sound ist gut. Perfekt. Ach ja, und Logan ist jetzt mit im Team, wie du siehst. Hm. Ich würde immer noch gerne wissen, wie das Auto heißt, was da draußen steht. Da steht doch bestimmt in dem Auto dran. Dann müssen wir nachher mal gucken. Können wir mal gucken, ja. Ich habe zwar kein Geld, um mir das aktuell zu kaufen, aber ne. Ja, da müssen wir jetzt erstmal ein paar... Es nervt mich so, ne, dass wir überhaupt auf diese Entscheidung warten müssen. Ja, das wussten wir aber von vornherein, dass das dauern wird. Ja, ich weiß. Ja, ich habe ein neues Headset. Das hat mir die kompletten Soundeinstellungen zerschossen, deswegen... Ja, natürlich, es ärgert mich ehrlich gesagt auch, dass wir da immer noch nichts gehört haben. Deswegen könnte sich das so komisch anhören. Ich meine, es ist das Mofag, ne, das dauert immer ein bisschen. Mhm. Aber... Ich habe mich einfach so, dass man jetzt die ganze Zeit so überlegen muss, so, hey, das hätte ich gerne. Ach nee, scheiße, geht nicht. Ja. Aber das ist ein Gefühl, das bin ich gewohnt. Ich glaube sogar mehr als du. Zumindest jetzt. Ja, mittlerweile, ja. Ich meine, am Anfang ging es mir ja nicht anders. Also auch da hatte ich mir ein... Ach Gott, wie hieß die Karre? Ich glaube, das war dieses ganz alte Dominator-Modell. Wollte ich mir kaufen, hatte, glaube ich, auch wie zu wenig Geld und Noah hat mir dann auch wie 50, 40.000... Dominator? Ja, Dominator, so ein älteres Modell. Ich glaube, da kommt unsere Vorspreise. So, ich hätte dann einmal den Lemon Kiss hier vorne und den Eimer für den Herrn. Danke. Und der Kakao kommt in Kürze, ja? Perfekt, danke schön. So, ich guck mal. Trink schon mal. Ja, genau, der Dominator GTT, den hatte ich mir damals gekauft, beziehungsweise wollte ich ihn haben, hatte zu wenig Geld. Noah hat mir auch viel sehr viel Geld dafür beigesteuert, hat auch wieder gekriegt. Aber, ja, ich hatte auch Zeiten, wo es nicht ging, also... Ja, das... Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was für eine Summe. Der Waren gekostet hat damals? Ja. Oder was? Oh, kann ich da... Ich weiß, dass ich nicht allzu viel beisteuern konnte. Das heißt, Noah hat den Hauptteil eigentlich getragen. Und Blitzversand an Tisch Nummer 1. Einmal für die Dame. Es ist kein Alkohol drin. Ich habe mich da nochmal rückversichert. Ah, perfekt, super. Dankeschön. Sehr gerne. So, bevor ich sie dann aber wieder in Ruhe lasse, kommt die Frage nach dem Hauptgang. Da haben wir nämlich auch eine ganz schöne große Auswahl. Da ist erstmal die Frage, vegan, Fleisch oder Fisch? Äh, im Grunde genommen alles. Im Grunde genommen alles. Okay. Für den Herrn schon eine... Ja, bei mir so Richtung Fleisch. Eher Richtung Fleisch. Gut, dann fangen wir mal mit Fleisch an. Da hätten wir einmal ein schwedisches Gericht. Schöttbola mit Sahnesoße, Kartoffelbrei und Preiselbeeren. Dann ein englisches Gericht. Sunday Roast mit Yorkshire Pudding. Da sind Ofenkartoffeln dabei, Karotten. Und der Roast ist selber aus Rindfleisch und mit einer Teigschicht drumherum. Das Ganze wird serviert mit Rotweinbratensauce. Da ist tatsächlich dann Alkohol drin. Ähm, bei den Schöttbola nicht. Ähm, dann hätten wir Hähnchenwurstfilet in Pilzrahm und Speckbratkartoffeln. Und zu guter Letzt die Steakplatte an grüner Salsasauce und Bohnen. Und da können sie dann wählen, ob sie Bratkartoffeln oder Kroketten dazu wünschen. So, das englische Gericht schon mal nehmen. Das englische. Den einmal den Roast. So, und für die Dame gibt es auch noch ein wenig mehr, das ich vortragen kann. Nämlich, beim Fisch hätten wir unseren hausgeweizten Lachs mit Kartoffelrösti und Meerrettich-Sahnedipp. Hm. Als Alternative aus der Kategorie Meeresfrüchte hätten wir Austern an Weißweinsauce und Zitronen-Vinaigrette. Da ist, wie der Name schon sagt, Weißweinsauce dran. Also, der Alkohol ist zwar verdampft. Fällt aber tatsächlich weg dadurch. Fällt aber tatsächlich weg, alles klar. Gut, und als veganes Menü kann ich Ihnen Wirsingrouladen mit gegrillter Apfelaubergine anbieten. Dazu gibt es saisonalen Gemüsestampf. Ich glaube, das nehme ich. Alles klar. Einmal die Rouladen. So, und dann lasse ich sie gleich wirklich wieder in Ruhe, wenn ich jetzt noch die Getränke aufnehmen kann für den Hauptgang. Haben Sie da schon Vorstellungen? Äh. Der Pure Exotic ist ja erst mal hängen geblieben. Pure Exotic? Der ist auch gut, den habe ich ziemlich in der Wecke gezogen. Der ist auch wirklich fein. Dann vielleicht zweimal? Äh, nee, für mich gerne Cola. Alles klar. Einmal nochmal Pure Exotic. Und eine. Alles klar. Wunderbar. Dann weiß ich Bescheid. Dann lassen Sie es sich schmecken. Dankeschön. Oh, entschuldige bitte. Ja. Nee, dann hätte ich jetzt noch den Kakao. Ja, super, danke. Genau. Gut, dann bis später. Bis später. Dann kann man nur agierig, wenn man was wissen. Äh. Das ist ja nicht so völlig entspannt und schön. Ah, das freut mich. Ich wäre auch gerne öfter hier, aber momentan ein wenig kompliziert und froh bin ich immer mal so ab- und dann die Möglichkeit, aber dazu zu kommen und wenigstens Hallo zu sagen. Oh, ja, man macht ja da keinen Stress. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Da gehen da natürlich andere Sachen vor. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Also wir alle freuen uns auf jeden Fall immer, wenn du da bist. Ja, dann würde ich sagen, guten Appetit. Ja, ne? Lass es dir schmecken. Sieht auch sehr gut aus. Das sieht wirklich sehr gut aus. Ich habe Seetäufe noch nie gegessen, also... Ich auch nicht. Boah. Hm. Ah, da muss ich erst mal meine Ärmel hoch schieben. Das ist ja... Hast ja auch nicht gerade das beste Oberteil dafür. Nee, die sind ein bisschen sehr voluminös. Moment, ich schieb die mal eben kurz zurecht. Ist das wie ein Haargummi oder sowas dabei? Dann kannst du das so einklemmen. Äh, nee, leider nicht. Aber Moment, ich wickel das hier einmal so hoch. Ja, okay, das geht. Nicht, dass so viel Wind kommt und du nachher so einen Abgang machst. So wupp. Ich bin kein Zelt, okay? Hab ja nicht gedacht. Ja, wirklich, ne? Die Icon-Designer, was die alles machen. Das sieht so cool aus. Oh, schmeckt aber echt gut. Ja. Aber das ist auch so ein Ding, was ich nicht immer essen könnte, ne? Nee, nee. Nee, m-m. Ich kreife mal ganz ab, dass das aussieht, als ob das sehr aufwendig ist. Und wahrscheinlich auch dementsprechend viel kostet. Wenn das jetzt nicht mit dem Preis enthalten wäre. Hm. Ich bin etwas irritiert, ne? Also ich dachte eigentlich, wie mehr los wäre. Gut, vielleicht kommen einige erst noch oder wollten heute Abend nichts essen oder haben schon gegessen. Das kann ja alles sein, ne? Der Parkplatz ist ja auch so leer. Taxi? Ich hab keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall ausverkauft. Ja, okay. Na ja, gut, heute, wie gesagt, ist nur ankommen. Vielleicht kommen auch einige tatsächlich erst morgen, ne? Auch wenn sie sich da mit einer Nacht verschenken. Wollte ich gerade sagen, wenn ich doch sowas buche, nehme ich doch alles mit. Also ich verstehe, also es ist wie wenn man zum Konzert geht und sich eines Konzerts die ganze Zeit unterhält. Das bringt doch auch nichts. Weißt du? Ja. Wenn wir ja was hören. Ja. Sonst geht man einfach in eine Bar. Richtig. Aber einige denken da wahrscheinlich anders als wir. Oh ja, dass wenn der Teller leer werden würde, das wäre cool. Und die dann automatisch aufhören zu essen. Oder haben einfach zu viel Geld. Ja, manche Leute wirklich. Das würde mich mal interessieren, ob das geht. Das ist ein Prozent der Dinge, was wir die ganzen Autohäuser haben und so weiter. Das hat echt dafür gesorgt, dass so viele Leute plötzlich neue Autos haben, ne? Ja. Ja. Du sollst einfach einen Autokredit nehmen mit 0% Zinsen drauf. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe da nicht auch kurz drüber nachgedacht. 0% Anzahlung, sorry. 0% Anzahlung. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ne, aber wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe mich da vielleicht einmal kurz drüber nachgedacht. Das ist ja nur die Sache, was will man sich holen, ne? Eigentlich haben wir zwei Autos. Ja, wir brauchen eigentlich, aber du weißt, ich, ne? Aber an sich brauchen wir jetzt erstmal noch nichts. Ist ja gut. Und wenn würde ich tatsächlich auch nicht nochmal so, also mittlerweile bereue ich es auch so ein bisschen, Sachen gekauft zu haben, ohne es Probe gefahren zu haben vorher. Ja, so von den Sachen an Fahrzeugen, die ich früher mal hatte. Achso, ich wollte gerade sagen, was meinst du? Weil alle Fahrzeuge, die ich ja jetzt habe, sind ja Gebrauchtfahrzeuge. Die hatten ja schon mal Vorbesitzer. Weil keins davon neu war. Achso, ja gut. Den Rebler habe ich vom PDM gekauft. Ja. Und den T20 von Diamond Cars hießen. Hast du nicht mal mir irgendwann mal erzählt, dass du den Rebler von einem Hählchen abgekauft hast, wo wir davon ausgegangen sind, dass das der Ex von Luca ist? Oh. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Darf ich schon mal abholen? Ja, das war sehr gut. Dann nehme ich die einfach mit. Und genau, der, die, Entschuldigung, ich bin noch relativ neu, es tut mir leid. Alles gut. Die Hauptspeise ist gleich fertig. Alles gut. Perfekt, dankeschön. Das kam halt, weil der Rebler hat ja Unterbrunnbeleuchtung. Ja. Tada, der Hauptgang ist da. Sehr gut. So, dann einmal für die Dame die Rouladen. Bitte sehr, lassen Sie es sich schmecken. Uh, ja. Und den Sunday Rose für den Herrn und auch Sie. Dankeschön. Schönen Sie es gerne schmecken. So, Sie werden auch gleich wieder in Ruhe gelassen. Es geht jetzt nur noch um die Nachspeise. Ja. Es ist erstmal grundsätzlich die Frage, steht Ihnen der Sinn eher nach Pudding, nach Eis oder nach Kuchen? Hm. Bei mir eher nach Eis. Nach Eis, mhm. Ich glaube, ich bin eher für Kuchen. Okay, alles klar. Dann, wir beginnen mit dem Eis. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Da hätten wir einmal einen Cookiebecher und einen veganen Früchtebecher. Einen Cookiebecher. Einmal Cookie, alles klar. Und beim Kuchen, ja, gut festhalten, das dauert jetzt eine Weile. Ich glaube, wir können das eigentlich schon mal abkürzen. Ist da der Lavacake mit bei? Der ist dabei eine sehr gute Wahl. Das ist mein Lieblingskuchen. Ja, ist auch meiner. Dann nehme ich den gerne. Alles klar. Ich glaube, so schnell hat noch nie jemand einen Kuchen bestellt hier. Ich liebe Lavacake. Da könnte ich mich echt reinlegen. Ja, geht mir ähnlich. Ich hätte auch gerne so einen Pool nur mit dieser geschmolzenen Schokolade. Hm. Das ist ganz, ja. Darf es dazu noch etwas zu trinken sein für den Nachgang? Ich habe meinen Kakao. Möchtest du? Nee, ich erstmal nicht, danke. Alles klar, dann habe ich das so mit. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit und dann sehen wir uns gleich wieder. Dankeschön. So, dann von mir noch die Getränke. Und einmal für Sie. Dankeschön. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Nee, weil der Rebler hat ja Unterbohnenbeleuchtung. Und da war ich bei, da habe ich noch in den, wie hießen die denn? Die Apartments da, wo ich vorher drin gewohnt habe. Was hast du mir mal erzählt? Hier, Black Beauty. Genau, so hießen die. Ah ja. Und da bin ich drauf gefahren. Dann kam irgendwie so ein Pärchen an, von wegen so, hey, das Auto ist voll cool. So etwas hatte ich auch mal. Und es hatte blaue Unterbohnenbeleuchtung. Und dann wusste ich, das ist das Auto. Ja. Die zwei Personen haben, glaube ich, nie herausgefunden, dass es deren Auto war. Ah, das ist vielleicht ganz gut. Ja. Also am Wochenende habe ich eigentlich hauptsächlich Stream vor, wenn es klappt. Bin ich aber halt auch Probe gefahren vorher. Mit welchem? Mit dem Rebler. Achso. Wie gesagt, ich wollte, glaube ich, nicht nochmal irgendwie ein Auto kaufen, was ich nicht Probe gefahren habe. Würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Meine Terminus, als ich mir denen ins Auge gesetzt habe, den bin ich ja auch Probe gefahren vorher. Ja. Es ist halt auch einfach... Es ist halt auch einfach angenehmer, wenn du weißt, wie sich das Auto verhält. Ja, man kann nicht mit allem umgehen. Richtig. Oder beziehungsweise es nervt vielleicht auch einige Handlings. Das habe ich zum Beispiel mit Noah schon festgestellt. Noah ist eher so ein Fahrer, der braucht so ein bisschen, sag ich mal, schwammige Fahrweise, Autos. Du weißt, was ich meine? Mhm. Und bei mir ist es halt so eher so ganz direkt. Ja, bei mir ist es auch eher das Zweite. Ja. Deswegen habe ich mich eigentlich eher doch gegen den Terminus entschieden. Der war so schwammig, oder? Ja, der schwamm richtig auf der Straße. Sehr gut, das ist dann doof. Weißt du, was ich nachher noch gerne machen würde mit dir? Was denn? Na, mal zum Strand runter. Das können wir gerne machen. Heute hetzen uns ja eh nichts. Nee. Es ist auch dafür gedacht, dass wir einmal rauskommen. Das ist richtig. Den Lüftlauf habe ich ja eigentlich auch nur für Notfälle dabei. Ja. Wenn jetzt auch jemand was in die Cloud setzt, oder irgendwas in der Cloud kaputt schießt. Ich glaube, das wird auch noch eine Ungewöhnung für alle bei Cybers, die Cloud mehr zu benutzen. Ja, das ist aber normal. Ja. Klar, wenn du halt über... Bei Mike zum Beispiel oder aus Vergana, das ist halt jetzt tatsächlich so. Aber wenn du halt über Jahre RDP benutzt, dann plötzlich heißt es ja, jetzt gibt es ein weiteres System, was ihr nutzen müsst. Das ist, glaube ich, für viele immer nicht gerade angenehm, dann, wenn man umstellt. Hm. Hm. Mm. Mm. Untertitelung des ZDF, 2020 Läuft gut. Ich krieg grad nach und nach immer mehr. Muss mich vielleicht morgen früh Mittag nochmal ransetzen, dass ich da wenigstens drauf antworte. Hast du denn wenigstens jetzt auch mal irgendwelche Rechnungen schreiben können? Natürlich nicht. Aber gut, eigentlich ist es nur BFF. Die anderen sind alle in Ordnung. Also das ganze Ding solltest du vielleicht mal langsam umgestalten. Ja. Dass du einmal die Preise noch mehr erarbeitest und vor allem auch sagst, hier ab dem und dem Schritt gibt es da eine Zwischenrechnung. Oder bei, keine Ahnung, wenn so viel Arbeitszeit zusammengekommen ist, gibt es eine Zwischenrechnung. Einfach damit du nachher nicht auf den Kosten sitzen bleibst. Ja, ich, wie gesagt, ich muss mir da nochmal genauer Gedanken drüber machen, wie ich das mache. Aber wie gesagt, es ist im Moment nur BFF, die sehr lange brauchen. Der Januar ist alles in Ordnung. Der meldet sich und gibt mir Rückmeldung. Den werde ich jetzt auch demnächst wahrscheinlich erst Montag, weil jetzt Wochenende, da bin ich ehrlich, da würde ich jetzt nicht unbedingt irgendwas Arbeitstechnisches groß machen. Verstehe ich. Ähm, den werde ich jetzt dann einmal treffen, weil er hatte eine Idee, dass er gerne ein Foto von sich da irgendwo ausgebleicht mit eingearbeitet haben möchte. Und dafür brauche ich halt Fotos. Und der hat nicht spontan ein Foto von sich? Nee, die mache ich lieber selber. Verstehe ich. Achso, ich habe, ähm, auch, äh, Max schon, äh, Flyer zugeschickt. Ja, für Quickies oder was? Ja. Willst du die mal sehen? Ja, kannst du gerne mal mich weiterleiten. Ja. Oh, hat es Ihnen denn soweit geschmeckt? Ja. Ja, war sehr gut. Vervorragend, das freut mich sehr. Dann geht's direkt in den letzten Gang. Einmal für Sie der Lava Cake und für Sie der Cookie Becher, bitte sehr. Dankeschön. Perfekt. Haben Sie in der Zwischenzeit noch einen Getränkewunsch? Ich nicht. Ich auch nicht, dankeschön. Alles klar, wunderbar. Dann lassen Sie es schmecken. Ich nehme hier schon mal das Geschirr mit. Ja, danke. Wenn noch was ist, dann einfach mal Schalt geben. Machen wir, danke. Lassen Sie es schmecken. Bis gleich. Tschüss. 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 Wartung. Wartung. Jetzt. Kaum mal. So, morgen Mittag mit Bruder essen gehen. Da anschließend muss ich ein bisschen besuchen. Willst du mein Gäste nehmen? Der Zweite. Mit den Maskottchen? Ja. Ja. Gehe ich auch von aus. Das ist voll cool geworden. Ja? Das ist super. Ich hatte ja eine grobe Vorlage. Die haben ja gesagt, so in dem Stil, wie der letzte Flyer war. Und dann hatte ich halt nur Grün und Schwarz und ich brauchte irgendwie einen Akzent und habe dann gedacht, okay, nehmen wir Gold mit rein. Mal sehen, wie er das findet. Geht das über Kikis Account? Ja. Gut, dann klingt das da vielleicht eher mit der... Dann klingt das da vielleicht eher mit der... Muss in der Wohnung was fertig machen. Das klingt nach Umbau, Renovierung. Ich sollte vielleicht mal mal Cookiebecher essen, sonst schmütze ich hier weg. Ja, und ich... Oh, ich liebe den Lovercake. Ich könnte mich echt reinlegen, das ist so schlimm. Gut, dass die Dinge immer so klein sind, ne? Ja. 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 Mhm. Deswegen habe ich jetzt auch ein Eis genommen, weil... damit ich nicht rausrolle. Ja, super. Mitgedacht und so. Aber ey, wenn ich jetzt noch einen Kuchen gegessen hätte oder sowas, dann ne. Das wär... zu viel. Aber Lavacake. Aber Lavacake. Ich konnte dich widerstehen. Das verstehe ich auch. Ganz ehrlich, wie oft mach ich das? Nicht so oft. Ich glaub, das letzte Mal, als du eingegessen hast, war hier. Ja. Aufräumen und umräumen, okay. Wir sind auch ein paar Wochen her. Echt? So lange schon wieder? Ja. Müsst du ein paar Wochen jetzt sein, ja. Krass. Wie war vor Halloween noch alles? Ja, ich hab sowieso kein Zeitgefühl. Es ist auch schon wieder November und das ist irgendwie... erschreckend. Ja, die Zeit vergeht schnell. Außer wenn man auf irgendwas wartet, dann dauert's ewig. Ja. Das ist doch meistens. Ja. 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 Ja, das ist korrekt. Meine Tante drängelt. Ich bin ehrlich, aktuell will ich halt nicht so lange weg sein, falls... Ja. Weißt du? Ja, ich weiß. Das ist halt der Punkt, weil wenn dann ne Rückfrage kommt oder ne Zusage oder was auch immer oder sonst irgendwas ist und ich bin in dem Moment nicht da, ist halt Kacke. Ja, das ist wirklich scheiße, hast du recht. Ach, ich glaub, wenn ich ihr das erklär, dann wird sie's hoffentlich verstehen. Kannst du ja mal fragen, ob sie was dagegen hätte, wenn wir das so Richtung Jahresende machen. Ja gut, sie hat, also ihre Aussage war eigentlich nur, solange es noch dieses Jahr ist... Dann sollte es ja kein Problem sein. Ja. Ja. Das ist auch noch so ein Thema. Was? Ja. Wenn wir da nochmal ne Feier haben, bin ich die ganze Zeit immer hin und her überlegen wegen meinen Eltern, ne? Ich hab mich halt immer noch nicht bei denen gemeldet. Wäre wohl, glaub ich, auch nicht gut, wenn die dabei wären. Ja. Aber auch ziemlich hin und her gerissen, weißt du? Ich weiß. Schließlich haben sie sich bei mir auch nicht gemeldet. Ja, aber wenn man das denen... Ich mein, das was sie halt machen können, ist denen ja offiziell eine Einladung zukommen lassen. Wenn sie kommen, kommen sie, wenn sie nicht kommen, kommen sie halt nicht. Weißt du? Das kann man ja nicht machen. Ja. Ja. Ich, ja. Guten Abend. Hallo. Dürfen wir uns dazu setzen, glaub ich? Ist das okay? Ja, klar. Kann ich gern drum hinsetzen, ja. Huch. Wie ist hier meine Synchrone aufgestattet? Ja, das ist aber so ne Sache, ne? Ja, das stimmt. Ja. 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 Ja, wenn man's ganz blöd sagt. Also wenn jetzt wirklich jeder tatsächlich dicht gehalten hat, dann wissen sie nicht mal was von deiner Existenz. Bezweifle ich aber, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich weiß es halt nicht. Ja. Ja. Da das halbe Dorf eingeladen ist, wird bestimmt irgendeine Info nach außen gegangen sein. Geh ich auch stark von außen. Guten Abend. Banknachbarn, ja. Gott sei Dank kann man hier ein bisschen leiser reden, dass die das nicht hören. Ich hätte dazu schon mal, weil mich das ehrlich gesagt schon seit der Hochzeit selbst beschäftigt. Äh. Hatte ich dazu schon, äh, was, äh, in, also nochmal ein Gedankentagebuch geführt. Ja. Das war der nächste Eintrag. Guten Appetit. Also der Nacht im Korn. Ja. Ah. Hätte ich mir doch weiterlesen sollen. Hast du nicht? Nee. Ich hab deswegen gleich dich ja gefragt, soll ich noch weiterlesen oder nicht? Hm. Lese nicht einfach Sachen weiter. Du bist mein Mann. Du kannst alles lesen. Du kannst alles lesen. Sonst würde ich dir nicht einfach so das Notizbuch in die Hand drücken. Das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Ich glaub nur zu dem Zeitpunkt, als ich das geschrieben hab, war ich ein bisschen, ne, emotionaler, sagen wir es mal so. Wann war denn das? Ähm. Ja, 18.10. Ich weiß jetzt aber gar nicht, welcher Tag das war. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo. So. Dann auch nochmal hier. Herzlich willkommen in der Baby Lodge. Schön, dass Sie sich für uns entschieden haben. Eine sehr gute Wahl. Ich kann es nur empfehlen. Ähm. Bevor es los geht, bräuchte ich einmal Ihre Zimmernummer bitte. Das steht hoffentlich auf der Karte. Das steht auf der Karte. Ja, ja. 109. 109. Alles klar. Wunderbar. Gut. Äh. Dann würde ich sagen, starten wir mit den Getränken zur Vorspeise. Was darf es denn da für Sie sein? Wir haben eigentlich alles. Oder so gut wie alles. Ja, gute Frage. Vielleicht, äh, um die Wahl etwas einfacher zu machen, ähm, vielleicht, äh, Sie können zwischen Heißgetränken, ähm, Softdrinks, also Kaltgetränken, Cocktails, auch alkoholfreien, Bier oder, ähm, ich sag mal, die große Bandbreite an alkoholischen Getränken wählen. Ähm, zu einem, äh, alkoholischen Cocktail für mich? Nein, als Überraschung. Ähm, also ich sag mal so, wir haben ganz, ganz viele, ähm, alkoholische Cocktails. Wenn Sie sich überraschen lassen wollen, dann, äh, werde ich da mal, äh, meinen Kollegen fragen, was er da empfiehlt. Ähm. Also, da schreib ich mir mal auf, einmal Cocktail als Überraschung. Mhm. Und dann noch ein 600 Peach, bitte. Ja, ich glaub, das sind tatsächlich so eher meine Einstellungen, die das nicht so richtig rüberbringen. Ich muss da nach dem Stream. Ja, wunderbar. Oder morgen nochmal nochmal gucken. Ähm, dann zur Vorspeise selbst. Da können Sie wählen zwischen Suppe, Salat oder unserem Seeteufel Carpaccio. Oh, Suppe klingt gut. Alles klar. Da hätten wir einmal eine luxemburgische Suppe, die heißt Buhnschlup-Supp. Wird auch ganz lustig geschrieben. Dann ein Kräuterschaumsüppchen und unsere hauseigene Gulaschsuppe. Da nehme ich die Gulaschsuppe. Alles klar, Gulasch. Und für den Herrn? Solange man alles versteht und es nicht unangenehm ist beim Zuhören, reicht mir das für heute. Ich sehe heute schon eine Tendenz, wohin die meisten Bestellungen gehen. Alles klar. Getränke sind auf dem Weg. Vorspeisen auch. Bis gleich. Super, danke. Und bei Ihnen kann ich ja auch nochmal den Rest hier mitnehmen. Ja, sehr gerne. Ja, dankeschön. Wunderbar. Wenn Sie da noch weitere Wünsche haben, dann entweder jetzt oder gleich. Wir sind, glaub ich, für den Schluss glücklich. Richtig. Das hört man gerne. Wunderbar. Sehr brav. Gut, dann genießen Sie den Abend. Dankeschön. Dankeschön. Haben Sie jetzt eigentlich Marshmallows da mit rein gemacht? Ja. Und du sagst noch, du wolltest gleich hier raus. Tu ich wirklich? Jetzt also nochmal kann ich nicht beklagen. Ja, okay. Das Einzige, was sich ändern muss, ist eigentlich nur noch dieses extreme, linkslastige. Da muss ich nochmal durchgehen, warum das so krass ist. Das schmeckt aber auch einfach echt gut hier. Das glaub ich dir. Aber hast du gesehen, dass die uns schon Frühstück für morgen hingestellt haben? Mhm. Mhm. Das finde ich auch richtig gut. Ja. Da muss man sich schon mal darum keine Sorgen machen. Mhm. Das stimmt. Das war letztes Mal schon so gut beim Alamonia. Ja. Ich bin immer noch sehr froh darüber, dass wir hier die Zimmer gekriegt haben. Mhm. Mit deiner aufgeblasenen Mail. Was? Nein. Die haben sich doch kaputt gelacht, als sie das gelesen haben. Ja. Und was gucken, weil Chrissi sowas erwähnt hat. Ich geh mal auf Toilette. Mhm. Ähm. Ja. Weißt du was? Da nutze ich auch eben den Moment und geh selber eben auf Toilette, während der Server neu startet, ne? Pipipause. Genau. Einmal alle kurz Wasser wegbringen und trinken holen, damit man wieder schon auffüllen kann. So. Dann sind wir gleich wieder da. Bye. Bye. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ready for this? 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 jetzt nicht. Ich glaube, da drüben muss das sein, wo wir runterkommen. Ja, ich glaube, da war das. Warte mal, der Zaun ist nicht zu, okay. Ich so, eigentlich müsste man das Gelände eigentlich nur auswendig kennen durch Alamonia, aber sieht alles so anders aus. Ja, das war ja alles zugestellt. Ich glaube, hier waren die ganzen Zelte, ne? Richtig. Ne, hier war eine Stage. Ja, ja, aber hier meine ich ja. Ja. Hier ging es dann runter zu dieser riesigen, wo wir uns fast den Hals gebrochen haben. Lass mal hier lang. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ne. Hier ist es flacher als da, oder? Ne. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja. Ja, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit jetzt an den Schuhen zu haben. Muss nicht sein. Ich bin so schnell wieder raus. Guck mal da so rechts rüber. Mhm. Ähm. Das wird schon. Ja. Auf jeden Fall, danke. Ich versuch's. Ansonsten Gesichtsbremse. Oh. Oh. Seit dessen ist nicht so gesund. Bah. Knirscht dann so. Oh. Aber alles so eine Sache, die man als Kind auf jeden Fall miterlebt hat, ne? Ja. Oh ja. Ich bin regelmäßig runtergefallen von Velvet. Das war... Sehr gut, ihr habt ja auch nur Sand. Ja, im Grunde genommen musstest du nur tief einatmen und dein Mund war voller Sand. Ja. 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 Ich kann auch mal erinnern. Oh. Ist auch nicht sofort wieder zum Friseur rennen. Bis ich wahrscheinlich die nächste Frau damit rumrennen sehe. Wir haben spätestens Sonntag. Und Nacht. Wir wollen zu X-Terms fahren. Aber ich weiß auf jeden Fall, was ich nochmal nachgucken möchte. Was denn? Ob da nochmal was an meinen Augenbrauen gemacht werden kann. Weil dieser kleine Vorsprung da oben sieht so aus, ob man sich richtig gut hinsetzen kann. Hm. Ich sehe uns schon im MD liegen, ich sag's dir. Also wenn du da runterfällst und dir irgendwas brichst, dann bist du aber auch sehr zerbrechlich. Ey, ich hab... Ich hab einen Frontalcrash mit einem Auto problemlos überlebt. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Mythos ist. Aber es gibt irgendwie eine Frau... Wie der Versprung sah größer aus wie von oben. Oh, egal. Ähm... Eine Frau, die irgendwie bei einem Flugzeugabsturz aus dem Flugzeug gefallen ist. Was? Und die... Irgendwie dutzende, also hunderte Kilometer gefallen ist und die das überlebt hat. Du verarschst mich doch. Warte, ich wünsch dir das mal. Okay. Na, zum Becken, jaaa! Da da... Da 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 da... Ja, klar! Genau, hier. Eine fechoslowakische, also jugoslawische Flugbegleiterin, die 1972 einen Abschluss aus 10.160 Meter Höhe überlebte. Wie? Die muss doch querschnittsgelähmt sein, mindestens. Warte, ich versuch mal herauszufinden. Lebt die noch? Ne, wurde. 2016 ist sie verstorben. Wow, okay, aber dann hat die tatsächlich noch ein sehr langes Leben gehabt. Ich gucke gerade mal. Ah, okay. Diese Frau hatte anscheinend sehr, sehr viel Glück. Ihr Glück war nämlich, dass sie auf einen schneebedeckten Hang gestürzt ist, also quasi auf so ein, wie wenn du Schlitten fährst, ist sie aufgekommen, so runterrutschend. Wow. Dadurch hat sie das überlebt. Auch, also, Knochenbrüche? Hatte sie doch bestimmt. Was ich gucke gerade? Ja, ich dachte auch erst Wasser. Aber Schnee, also wenn sie da so richtig, wie so in einer Halfpipe richtig den Winkel trifft, dann gleitet sie ja quasi sanft zu Boden. Alter, die hat aber bestimmt ihr Leben echt an ihren Augen vorbeiziehen sehen. Alter, die hat bestimmt, die hat auf der Hälfte des Falls mit ihrem Leben abgeschlossen. Sogar ein Weltrekordbuch. Nicht dein Herz. Doch. Und fremdwillige Weltrekorde, oder was? Gott, aber also, steht bloß drin, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit sehr gering war. Also, ich schätze mal, sie hat schon übel mitgenommen, aber... Alles andere hat mich auch gewundert. Trinken! Habe ich so lange nicht mehr gesagt. Ja. Was? Ja, also siehst du ja, so, ne? Manche überleben sowas. Da haben die aber wirklich... Na gut, du darfst nicht vergessen, ab einer gewissen Höhe wirst du halt auch einfach nicht schneller, ne? Also, du beschleunigst ja nicht endlos. Das wäre auch ein bisschen sehr heftig, ne? Das erinnert dir irgendwann bei, wie war das, 9,81 Meter pro Sekunde? So tief stecke ich in der Materie nicht drin. Weißt du, Physik war schon eher so mein Ding. Ne, also wenn, dann war ich eher Chemie. Wenn ich dann überhaupt mal in der Schule war. Da bin ich in Flammen aufgegangen und ich weiß immer noch nicht wieso, weil ich keinen Chemieverstand habe. Wow. Was hast du den denn jetzt rausgeholt? Ja, was meinst du, warum ich mich hier umhinsetzen wollte, damit die Witze so tief sind? Muss man die Füße nicht anheben, meinst du? Richtig. Das geht dann einfach so direkt Meeresspiegelhöhe. Mhm. Aber das ist trotzdem also schon krass. Aber das ist ja quasi so ein bisschen das selbe Prinzip, was sie ja auch so Skisportler und so weiter benutzen. Wenn die sich auch wo welche Hänge runterstürzen oder sonst irgendwas, wo du sich so denkst, das überlebt der doch nicht. Eigentlich ja, ne? Und dann kommen die halt aber so schräg auf, dass sie das ja, also das, durch die Schräglage, dass das dann ja alles abfedert. Mhm. Den Sturz. Also dasselbe Prinzip. Bloß deutlich krasser. Gut, aber 1972 weiß ich auch nicht mehr. Kann stimmen, muss aber nicht, ne? Ja, das ist immer so ein Ding. Ich glaube, da gab es noch nicht so diese tollen Aufzeichnungsmöglichkeiten, wie es heutzutage gibt. Ja, heute heißt es ja kein Foto, dann ist es nicht passiert. Richtig. Ich würde mal NPD immer sagen, wenn ich mal wieder zu schnell mit dem P20 unterwegs bin. Ich finde das cool, dass du jetzt mit deinem Grafikdesign doch sehr aktiv bist. Also hast du ja jetzt einiges eigentlich an Kunden. Ja. Also ich komme morgen wirklich nicht drum hin, einmal kurz vor meinem Tag mich ranzusetzen. Ich meine schlussendlich, ich habe einen Laptop dabei, du kannst ja sonst da dein Grafikkram drauf machen. Ja, mein Tablet habe ich auch immer dabei. Achso. Ja gut. Ich bin auch recht froh, dass ich das jetzt habe. Das ist so viel einfacher. Das glaube ich dir besser, als alles auf dem Handy zu machen. Das ist... Und um welche Zeit geht es jetzt morgen? So 1800 irgendwas? Lass mich mal eben nachgucken. Irgendwo wie stand das da. Ja. Das ist schon mal so ein bisschen vorbereitet und so weißt du? Ja. Achso, okay, Moment. Ähm. Achso, es erwartet dich ein entspanntes Wellnesswochenende und erlebe eine Geschichte von Mathilda aus dem Jahr 1938, so rum. Okay. Also nicht so ganz schnischgejagt, sondern eher so ein begleitetes Geschichtsabenteuer. Wahrscheinlich. Das klingt so interessant. Das klingt so interessant. Ja. Ich glaube, 18.30... Ja doch, 18.30 Uhr hätte er gesagt morgen, ne? Ja. Ja, das klingt doch noch eine angenehme Uhrzeit. Ja, das sollte machbar sein. Ja. 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 Wenn dann in der Stadt halt so ein Stadtrand, gerade sind wir ja so mitten im Downtown. Ja, das merkt man leider auch. Ja, du kommst raus und jedes Mal sie reden. Jedes Mal. Ja. Ich hab auch noch keinen Tag gelebt, wo man nicht sowas war. Ja. 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 Eins, zwei, zwei, drei, 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 zwei, drei. Wo gehört mal auf Einadaşlar ein Bisschen rum, was da so gehört? Mhm. Mhm. Minarstatistik der State Police. Aha. Teilung aller Delikte nach Departments. 13, 15, DePero 44, Namesa 14, Blank County 13. Veränderungen zum Vormonat plus 30%. Yo. Das sind nicht wenig. Nee. Waffendelikte plus 63%. Dafür habe ich aber überraschend wenig Schießereien mitbekommen. Ja, Waffendelikte ist alles, was illegale Waffen sind. Ach so, also auf Waffen, ja. Äh, Messer. Ja. 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 Nach dem Motto, nur macht jemand einen dummen an und dann geht es sofort los. Ja, wahrscheinlich. Na, hier Waffendelikte sind unerlaubter Waffenbesitz, Waffenhandel und sämtliche Sachen aus dem Waffengesetz. Ja, gut. Ja. Imrat, äh, wir neuen, hat bei sich jetzt mal VentureGram was hochgeladen. Mmh. Deinen Flyer, den du gebastelt hast für ihn. Es ist irgendwie schon ein cooles Gefühl zu sehen, dass das genutzt wird. Dass es schon genutzt wird, ja. Ähm, aber Toni. Ja. Nochmal. Wegen meinen Eltern kam ja vorhin die. Da kamen dann unsere Banknachbarn dazu, ja. Ja. Was auch irgendwie gar nicht unangenehm war, aber ich kann es verstehen, es war kein Platz mehr frei. Ähm. Also, ich kann, ich wollte das ja, also ich war mir nicht sicher, ob ich dir das zeigen soll, aber du sollst ja schon wissen, dass es etwas ist, was mich rumtreibt. Und du musst es jetzt nicht komplett lesen, du kannst es überfliegen, aber... Ja. Ja. Lass mal das wieder finden, das war ich. Ja. Untertitelung. BR 2018 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 Ich würde schon gern, dass du sie kennenlernst. Also ich sag's mal so, wenn du sie nicht einladen solltest, brauchst du, also kannst du glaube ich unter die ganze Sache einen Strich setzen, weil ich glaube danach werden sie es dir nicht verzeihen, dass du sie nicht eingeladen hast. Nein. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich das tatsächlich sogar auch verstehen, dass man dann als Elternteil sauer ist. Ja, das ist, äh ja. Also schlussendlich ich, also wenn du meine Meinung hören willst, wie gesagt, ich würde sie einladen. Ähm, ich würde sie aber auch erst so, also ganz normal zu der Trauung einladen. Und aber gleich vorweg quasi so, jedes Gespräch findet erst danach statt. Das wäre ein Kompromiss, ne? Ja, weil so kannst du dich erstmal auf alles ganz normal vorbereiten, auf die ganze Hochzeit, auf das alles drumherum. Schlussendlich bist du da diejenige, die da glaube ich mehr hat, äh, als ich dann zu tun quasi. Na, glaubt man nicht. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und, äh, ja, alles andere sollte dann erst nach der, nach der Hochzeit halt eine Rolle spielen. Ja gut, ich, äh, kenne ja meine Mutter. Ich, äh, denke mal schon, dass sie so viel Taktgefühl hat, dass sie das erstmal hinten anstellen wird. Und auch wahrscheinlich, weil sie sich in erster Linie freuen wird. So schätze ich sie zumindest ein. Also ich würde sie einladen, aber auch dann quasi mit der Einladung nochmal vielleicht so einen kleinen Brief mit dranhängen. Und von wegen, du möchtest gerne dann danach Gespräche haben oder Gespräche haben, äh, wir sind ja dann eh nicht nur ein Tag da oder sowas, sind ja dann schon zwei, drei Tage da, dass man sich ausspricht. Ja. Bei dir zu dritt und dann halt wir zu viert. Also, wenn, dann würde ich, glaube ich, wollen, dass du von Anfang an dabei bist. Sie sollen sehen, dass du ein Teil von mir bist. Seht ihr frei? Das, also, ich wollte es halt ruhig quasi erstmal den Familien freiraum lassen. Alles, was sie mir zu sagen haben, das sollst du auch hören. Okay. Aber danke auch, dass du das machen möchtest. Ja, das sind deine Eltern, ne? Und, auch wenn es jetzt die letzten Jahre immer so schwierig war, schlussendlich ist halt genau das der Punkt, wo man, wie du schon selbst geschrieben hast, der Punkt, also der letzte Punkt quasi für einen Neuanfang. Weil danach kommt nichts mehr. Es gibt kein Zurück eigentlich. Entweder da oder gar nicht. Und für gar nicht bin ich nicht bereit. Habe ich auch nicht von dir erwartet. Dafür habe ich dann, im Gegensatz zu allen Stimmen in meinem Kopf, ähm, doch schon Sinn für Loyalität. Und ich sage mal so, wer weiß, wie es dann schlussendlich läuft. Ich bin jetzt schon nervös, wenn ich daran denke, ne? Sehr nervös. Nochmal, bitte. Ich bin sehr nervös, deswegen. Ja, das finde ich. Also ich bin eher nervös wegen der ganzen allgemeinen Geschichte. Ja, das kommt noch obendrauf, aber ich bin bei dir. Ich werde ein Auge drauf haben, dass dir niemand irgendwie auf die Pelle rückt, weil die sind halt dann doch sehr neugierig auch und sehr herzlich, sehr, sehr herzlich. Also die sehen dich halt dann direkt als Teil an. Ich meine, schließlich nimmst du den Clan-Namen an. Habe ich immerhin eigentlich schon. Ja, hast du schon, wenn das Casa endlich mal alles richtig machen würde. Naja, schlussendlich egal wie. Also der Name steht ja schon da. Ja. Immerhin im Reisepass steht schon mal richtig. So bei dir etwas. Ja, das ist die Hauptsache. Es ist die andere Behörde definitiv schneller. Ja. Gut, die den Reisepass ausstellt, ist ja auch keine lokale Behörde, ne? Mhm. Bundesbehörden sind, glaube ich, immer ein bisschen schneller. Aber es wird nicht ganz so traditionell, wie du es dir jetzt vielleicht ausmalst. Die Sorge kann ich dir nehmen. Ja, das, was ich mit Noah besprochen habe. Mhm. Hattest du dir das nicht schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Ja, während, als wir die Hochzeitsvorbehaltung gemacht hatten, haben wir uns ja nochmal quasi zurückgelehnt. Mhm. Und, äh, haben wir halt auch so darüber gesprochen, so dass wir dann ja nochmal in Arizona heiraten werden. Und, äh, ja, er hat so dann dieses klassische Bild von, von tollen Spielfilmen gemalt, von so einer Hochzeit, so von wegen, so alle tanzen ums Feuer und Federn werden übergeben und sowas. Wow, okay, das mit den Fehlern, das stimmt. Aber, wie klischeehaft willst du sein? Ja, komm, er weiß es nicht besser, ich weiß es nicht besser. Ja, sehr gut. Nein, es wird schon ähnlich sein wie hier. Auch, dass die Leute sich, äh, an einer Art Altar versammeln. Da darf ich aber nicht Star Wars spielen lassen, oder? Das, nein, das würde meine Tante dir nicht verzeihen. Ach, Mano. Meine Schwester wird's feiern. Nicht irgendjemandem Bestechen dafür? Ha. Überlege gerade. Wer würde denn das, wer würde denn da sich um die Musik kümmern? Und wen würde sie engagieren? Ich würde echt weniger so eine Spielfilme gucken. Ich habe gerade... Spielen wir das Lied von tot, oder was? Nee. Ich habe gerade einfach so zwei Leute im Kopf. Sondern wie heißen diese kleinen Trommeln? Äh... Ähm... Äh... Äh... Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch so einen speziellen Namen. Bongos? Ja, genau. Und halt nochmal so eine, so eine, so eine... Nicht Gitarre, aber so eine, so eine... Wie heißt denn das? Das Ding in Mexiko. Kommt nicht drauf. Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall habe ich gerade so ein Bild im Kopf. So ein Typ, der mit so einer Bongo da sitzt und so ein Typ mit so einer komischen Gitarre. Toll. Ja. Nein, aber ich glaube, ich... Wenn ich das jetzt richtig habe, würde sie... Juna nehmen. Wen? Juna. Wer ist das Ding? Das ist, äh, eine, die, äh, spielt leidenschaftlich gerne Gitarre. Ich sag doch Gitarre. Gitarre. Normale Gitarre. Ja, pff. Wenn, wenn... Darauf kann man auch, äh, irgendwie mal spielen. Das geht auch. Sie ist im gleichen Alter wie wir. Ich gehe davon aus. Die würde das sogar tun. Ja, siehst du? Das Gespräch darfst du mit ihr führen. Ich habe das Gespräch auch schon mit Emre geführt. Und er hat mir im Nachhinein erzählt, wie unangenehm es ihm war. Weil er nämlich dachte, ich, äh, hau ihm eine rein. Er hat auch von Anfang an gesagt, ich würde Verantwortung übernehmen dafür. Er will nicht nachher der Idiot sein. Tja, und letztendlich habe ich drüber gelacht. Ja. Das dachte ich mir aber auch eigentlich, dass du das eher als, äh, wenn sich empfinden wirst. Ja, da kennst du mich Gott sei Dank gut genug. Wir werden uns aber auf jeden Fall darum kümmern müssen, dass du eine Adlerfehler bekommst. Wolltest du dich selber sammeln oder kann ich die auch wo holen? Die Frage hast du mir auch dann schon gestellt, als ich dir das gesagt hatte. Die musst du dir holen. Also kann ich die doch auch wo kaufen. Nein. Fällt das auf, wenn ich die auch wo bestelle? Ja. Vor allem, wie willst du das da hinbekommen? Wir haben keinen Lieferdienst im Reservat. Ja, erstmal der Phoenix liefern lassen, nehme ich dann mit. Außerdem Uber, ne, und so. Äh, äh, ja, natürlich. Mhm. Die liefern, wenn ich genug bezahle, liefern die das bestimmt auch bis dahin. Ja, das... Mhm. Nicht? Bitte was? Nicht so, oder? Also, ähm, ja. Wenn du jemanden findest, der das macht. Dass man finden, wo ich einen Adlerfehler herkaufen kann. Da ist es tatsächlich einfacher, glaube ich, äh, wenn wir einfach in den Canyon reiten und, äh, da sind genügend Nester. Ja, okay. Reifen die einen eigentlich an? Ich frag nur. Ähm, nicht, wenn da kein Ei drin ist. Hm, beruhigend. Nämlich schon mit einem Arm weniger oder sowas wiederkommen. Ja, wo hast du den Arm verloren? Ja, ich hab, ähm, ich hatte einen Kampf mit dem Adler. Hm, das ist sogar realistisch. Du weißt, wie riesig die Viecher sind, ne? Ja, genau deswegen sag ich's, ja. Super, danke. Ich bin doch noch ein Taser. Aber es ist, ähm, weil sie da Gott sei Dank nicht gejagt werden. Es ist, ähm, ein, ich sag jetzt mal, relativ harmonisches Beieinander. Sie würden jetzt wirklich nicht einfach ohne Grund angreifen. Sie beobachten und kommen vielleicht näher, weil sie neugierig sind. Super. Aber sie halten immer noch genügend Abstand, keine Sorge. Sind halt immer noch sehr scheue Tiere. Aber die müssen auch kurz das gucken, ne? Mhm. Was sind das nochmal für Adler, die ihr da habt? Als Kopfseeadler. Ach, na klar, auch noch die. Super. Ja, die können ja nur einen Meter werden, ne? Und zwei Meter Spannweite. Klar, logisch. Ich sag ja, die sind groß. Mhm. Beruhigend. Ja, oder? Aber sie sind wunderschön. Das stimmt. Ich seh ich trotzdem nicht schon mit einem Arm weniger kommen. Du sollst keinem Adler eine Feder ausrupfen. Du sollst eine vom Boden auf sammeln. Dann halte ich dich auch für lebensmüde. Und das würde ich sehen. Wo ich da vielleicht auch ins Weltrang, nee, wie heißt das? Guinness World Records. Guinness World Records. Genau, danke. Bitte. Der dümmste Mensch der Welt, der versucht, bei Eiweißkopfseeadler eine Feder auszureißen. Kommt bestimmt super an. Also ich bin ehrlich, das haben sicherlich schon Leute versucht. Touris. Irgendwie sind diese Leute noch, ist das andere Sache. Ähm. Weil ich glaube, der ist dann ziemlich angepisst. Erinnerst du dich noch daran, als meine Tante mal beiläufig erwählte hat, dass sie halt auch Führungen durch den Canyon macht und durchs Reservat? Ja. Sie hat einige Geschichten auf Lager von Touris. Frage bleibt, leben diese Touris noch? Ja, die Frage ist nur, unter welchen Umständen sie noch leben. Nein, wirklich. Einige brechen sich in den Canyons die Beine. Das ist nicht so cool. Ja, das kann man ja teilweise auch nicht übernehmen. Beine brechen oder Handgelenke oder sowas, wenn die irgendwie hinfallen oder so. Das ist ja noch relativ normal, sag ich mal. Ja gut, die meisten, die sich entscheiden, so eine Führung mitzumachen, die sind zum Glück auch relativ interessiert daran und sind jetzt nicht so diese High-Society. Aber einmal fällt dir irgendwo hingetreten, das geht schnell. Ja. Ich meine, ich hab dir erzählt, wie oft ich mich auch rausschleppen durfte mit verstauchten oder gebrochenen Beinen. Deswegen sag ich's ja auch. Okay, ich hab das Glück aber auch oft hinausgefordert, ne? Also. Wenn wir eigentlich langsam mal wieder rüber ins Zimmer? Ja, können wir gerne. So, wie war das mit hier runterkommen, ohne sich was zu brechen? Mhm. Na, geht doch. Ging doch. Ob die Seilbahn eigentlich noch in der Saison arbeitet oder ob die außerhalb so dieser Sommersaison zumacht? Ich hab keine Ahnung. Wäre mal interessant zu wissen, ob du immer noch hoch auf ein von Chilliard kommst. Hm. Ich meine, warum sollten sie das abstellen? Hier wird's eigentlich nie so kalt, dass da irgendwas einfrieren könnte, außer wenn Schnee liegt. Ich wollte gerade sagen. Schnee ist auch echt zu einer ungünstigen Zeit gekommen. Letztes Jahr. Dieses Jahr. Wieso? Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht genug Geld, um mir mehr als ein Fahrrad leisten zu können. Oh. Ich war... Dein Fahrrad ist ein bisschen kacke dann. Ja, ich war zu der Zeit ziemlich auf Taxi angewiesen. Was ich mir auch kaum leisten konnte. Das ist halt auch echt kacke dann, ne? Yep. Ja. Gut. Weil es dieses Jahr Schnee fallen sollte, hast du ja Gott sei Dank nicht mehr das Problem. Das stimmt. Hätte man mir das früher gesagt. Zu dem Zeitpunkt. Hättest du keinem geglaubt, ne? Nein. Da hat man dir Anfang des Jahres so gesagt, so, ja, übrigens Ende des Jahres bist du verheiratet, ne? Da wusste ich ja noch nicht mal von deiner Existenz. Da kannte ich ja noch nicht mal die Orsa-Group. Das ist richtig. Das ist so ein Zeitpunkt, wake up. Ramontisch. So ramontisch. Ja. Mhm. Ach. Ehrlich, weißt du, der ganze Strand ist so schön flach, aber nein, da müssen sie natürlich... Warum auch immer vor allem? Ja. Ja, ich schätze mal, weil da oben bestimmt irgendwo... Das sieht nach einem Fluss noch aus. Da oben ist halt auch eine Brücke oder so ein kleiner Fluss oder sowas, der hier runterfließt. Oder runterfließen sollte. Sonst hat das Sickergewässer. Naja. Und dann sackt da halt alles immer wieder ab. Schuh wieder anziehen, ne? Wäre gut. Jo. Warte mal. Ich warte. Warte. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Bist du so deutlich über mir. Ich sehe auf dich herab. Über... Nein. Nicht hinfallen. Ja, alles gut. Das war ein bisschen steil. Nicht am ersten Abend von unserem Weihungswochenende. Ich bin dann am letzten und dann hat es sich nichts gelohnt. Ja. Ja. Guck mal, bist du noch leerer geworden? Irgendwie schon, ne? Ich sage ja, heute ist nur Ankunft. Die sind irgendwie alle kaputt von der Reise. Aber manchmal bei vielen das Gefühl, die haben das zwar dann gebucht, aber die sind einfach wieder nach Hause gefahren. Hä? Warum? Ja, guck mal, der... Ja, die sind weg. ...Telly Gator von vorhin, wo ich immer noch behaupte, dass es Freya war, schätze mal, die haben auch hier ein Zimmer. Aber die ist auch nicht da. Verstehe ich nicht. War abgeschlossen eigentlich? Ja, ist abgeschlossen. Okay. Verstehe ich halt auch nicht, ne? Aber vielleicht irgendwie bloß, um das morgen mitzumachen, dieser Geschichts-Experience quasi. Naja, so bei, dann würde ich doch alles mitnehmen. Ja, dann würde ich doch alles mitnehmen. Verstehe ich halt auch. So, jetzt ziehe ich mir mal diesen sehr schicken Bademantel, habe ich gehört. Ist den hier eigentlich schon wieder mit der Klamottenordnung, ne? Das ist ja schon wieder hier schlimm. Ja, aber ich glaube, der verschwindet aus Versehen. Oh ja. Ähm, ich sollte mir vielleicht noch... Was solltest du? So. So. So, du siehst jetzt nochmal Schuhe hin. Hä? War jetzt nicht dein Plan, darüber zu gehen? Nee, mein Plan war eigentlich dahin. Okay, du kannst mich vielleicht überzeugen. Das können wir morgen machen. Wenn ich mir das hier so angucke, ist eh keine Sau da. Also von daher... Naja, gut. Dann bekomme ich von dir die Massage. das lässt sich ein. Wäre so an der Tür liegen, oder? Äh, ja. Ja, dann schlaf gut. Also, da hat er mich nicht passiert. Ja. Ja, warum wird das spannend, ne? Ja. Mal schauen. Ich lebe dich. Ah. Der war scheinbar schon weg. Gut. So. Okay. Oh, ich bin aber auch müde. Eigentlich ist es ganz gut, dass wir jetzt was machen. Ähm, ja, nee, aber damit, äh, sind wir morgen auf jeden Fall wieder da. Ähm, also ich, mal sehen, wie es zeitlich passt. Ich wollte morgen nämlich eigentlich auch Life is Strange so Mittag-Nachmittag-Stream mal schauen. Ähm, und, äh, boah. Wenn es nicht wird, dann, dann vielleicht Sonntag. Aber auf jeden Fall sind wir morgen Abend wieder im GTA-RP. Jo, dann wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Äh, danke schön, dass ihr dabei wart. Nachmittag bist du noch dabei. Oh, okay, cool. Äh, genau, ja. Und dann, bis morgen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020